Ich bin zu verarscht. So vom ganzen Gameplay her und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge und los geht's. Ja, Match kann beginnen bei euch auch. Ach du Scheiße, ja. Habt ihr annehmen gedrückt? Ja, hab ich. Oh krass, das ist ja sogar mit Auswahl. Hier, zack, Farah für Arme. Äh, Digga, alles, Vivi, alles. Kinesa, wer bin ich, Digi? Keine Ahnung. Die Käse, die Käse. Für die hab ich auch grad ne Skin gezogen. Sind das überhaupt richtige Gegner? Sind das Bots? Keine Ahnung. Hab grad ne Skin für die auch gezogen. Habt ihr, kämpfen wir gegen Enemies oder was? Ja, enemy 1, 2, 3, 4 und 5. Alter, was ist das für ein Fan-Style? Hä, das sind doch Bots. Was? Fuck, ich bin ja alleine gegen 3 gerade. Oh Leute, ich hab meine Ulti. Und sterben! Okay. Ich hab einfach alles getötet hier, oder? Ne, doch nicht. Was war denn das für ne komische Ulti? Bogen-Typ! Das ist doch Bot, Alter. Oh, das ist ja AFK. Ist ja grad mitten im Kampf AFK gegangen. Ah, läuft. Er ist auf einmal weg. Es ist wieder diese Nacht. Es ist wieder diese Nacht. Wow! Oh, lol! Das war gut! Es gibt doch nur eine Map, oder was? Haben wir ihn nicht grad aufgespielt? Das ist doch scheiße! Bots in einem Map! Der beste Closed-Meta ever! Oh! Über euch! Oh, Asiate in der Flacke! Down! Boah! Der Schild... Die Schildkrippe ist schon wieder da. Down! Was die Schildkriege? Hier, Digga. Verpiss dich doch! Alter, 1700 Schaden, ey. On Point ist das grad hier. Hab ich! Der Asiate-Wip-Senderung bei den fliegenden Waffen, aber wäre das gleich. Tod ich! Hab ich! Das war meiner! Das war meiner! Ja, das war meiner! Die Ratte muss weg! Nein! Safecall! 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 Das sind keine Bots. Das sind nicht nur Bots. Das sind nicht nur Bots. Stimmt, das sind richtige Leute! Das sind richtige Leute. Das sind richtige Leute. nicht gut da steht nur ganz am Anfang enemy ne und danach hör auf wenn es jetzt weht dann kommen die ja hier kann die auch schon Schild und so lol ich hab die grad umlaufen wow alter das ist mein Charakter hier das ist diese Fotze wie ich so abfuck die will ey ich hab die gefickt hier ja Siggi der macht sich einfach unsichtbar mach grad den Typen ja down nice that's my game bitch der retter kommt ich bin aber hinter ihm und vergifte ihn Der haut ab, Alter Er ist down Ja, ich hab's wieder gesniped Und irgendeine Hure oben auf dem Dach Alter Boah Sit down, bitch Das Fett ist weg Ich hab den Sniper hier oben Äh, der Ritter kommt wieder Ich hab den vergiftet Ja, Skly down, down Wir sind drin, wir haben's, wir haben gewonnen Verlängerung, Jungs Oh, fuck Nein, ich bin down Ja, voll Okay, Gold, Alter Fuck, ich muss da rausziehen Alter Hinter mir ist einer Ich bin gleich down Da Alter Boah, nein Boah, der hat mich instant weggeholt Der hat so ein Ulti gemacht Ich hab grad drei Leute einfach zurückgetrieben, weil die Angst hatten Ich komm, ich komm, ich komm Ich stelle mich da rein Ich bin in der Flagge Ich komm, ich komm, ich komm Tyra und Ratte kommen zu mir Bin da Okay, geh ich wieder raus Habt die Ratte Oben rechts Die Ratte ist weg Oh, Leute, hier sind drei Leute Ziel bis zurück Oder fick die Wir haben's gleich, wir haben's gleich Wir müssen jetzt instant Power geben, Alter Ja Ich mach gleich, dass die nicht sehen Ich hab gleich mein Good Night Das sieht keiner mehr aus Good Night Good Night Sniper-Tante weg Ratte weg Nein Ja, Leute Ich bin grad zu dumm, um die Ratte zu treffen Sieg Nice Komplett durchgezogen Boah, Alter Treck, Mann Yes Ja, nehmt der OP-Charakter Also krieg die MVP Taktiker ins Maul What? Was? Und das war's dann auch für die Folge Paladin Ich hoffe, es hat euch gefallen Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn von Paladin haltet Und ob ihr mehr sehen wollt Und ich hab durch Paladin aber die anderen ein bisschen mit Overwatch begeistern können Weil Overwatch schon irgendwie noch eine Ecke geiler ist Wobei Paladin halt schon preiswert ist Also schreibt, wie gesagt, auch mal dazu eure Meinung in die Kommentare Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Bye-bye, Leute Und Ciao Bye-bye, Leute Bye-bye, Leute Bis zum nächsten Mal.